Wer abnehmen will, muss einfach weniger Kalorien zu sich nehmen, als er verbrennt. Leichter gesagt als getan. Perfekte Lebensmittel zum Abnehmen sättigen dich langfristig und beinhalten viele gesunde Inhaltsstoffe, wie etwa Vitamine. Und das bei möglichst wenigen Kalorien. 6 solcher Lebensmittel stelle ich dir jetzt vor. Nummer 1. Bohnen Bohnen gibt es in verschiedenen Sorten, die sich stark in Aussehen und Geschmack unterscheiden. Zum Beispiel grüne Bohnen, Kidneybohnen oder weiße Bohnen. Auch die Nährwerte unterscheiden sich stark. So haben Kidneybohnen ca. 250 Kalorien pro 100 Gramm, grüne Bohnen hingegen nur 25 Kalorien. Das liegt daran, dass grüne Bohnen zum Großteil aus Wasser bestehen. Allgemein kann man sagen, dass Bohnen recht viel Protein und Ballaststoffe enthalten. So haben zum Beispiel 100 Gramm Kidneybohnen, 24 Gramm Eiweiß und 21 Gramm Ballaststoffe. Außerdem enthalten Bohnen viele Vitamine und Mineralien, wie Kalzium und Eisen. Nummer 2. Zimt Den Geschmack von Zimt verbinden viele Leute mit der Adventszeit und würzen mit ihm ihre Zimtsterne oder Lebkuchen. Dabei wissen viele gar nicht, was Zimt noch so alles kann. Eine Studie hat gezeigt, dass eine tägliche Einnahme von Zimt den Blutzuckerspiegel und das schlechte Cholesterin senkt. Das führt zu einer geringeren Insulinresistenz und grob gesagt können die Fettzellen ihr gespeichertes Fett so besser abgeben. Es macht also Sinn, wenn du zum Beispiel auf dein Müsli am Morgen etwas Zimt streust. Etwa ein halber Teelöffel reicht. Am besten benutzt du Ceylonzimt, der anders als der billigere Cassiozimt kein Coumarin enthält. Coumarin kann bei manchen Menschen in zu hohen Konzentrationen zu Lebererkrankungen führen. Nummer 3. Rohes Gemüse Jeder weiß, Gemüse ist gesund. Es enthält viele Vitamine und Ballaststoffe und hat oft nicht viele Kalorien. Viele Gemüsesorten eignen sich auch perfekt als Snack zwischendurch. Iss, wenn du etwas Hunger bekommst, einfach ein bisschen rohes Gemüse. Das schmeckt gut und sättigt dich, obwohl du nicht viele Kalorien zu dir nimmst. Perfekt zum Rohessen sind zum Beispiel Karotten, Paprika, Kohlrabi, Radieschen und Gurke. Nummer 4. Nüsse Mit oft mehr als 600 Kalorien pro 100 Gramm sind Nüsse nicht wirklich kalorienarm. Dennoch eignen sie sich gut als Snack zwischendurch, auch wenn man abnehmen will. Sie sättigen für eine lange Zeit und versorgen den Körper mit vielen gesunden, ungesättigten Fettsäuren. Außerdem enthalten Nüsse viele Inhaltsstoffe, die gut für die Gesundheit sind, zum Beispiel Vitamin E, Magnesium oder Folsäure. Du solltest natürlich nicht direkt 100 Gramm Nüsse essen, wenn du abnehmen willst. Nimmst du nur eine kleine Handvoll als Snack, nimmst du auch nicht so viele Kalorien auf. Nummer 5. Kaffee Auch Kaffee kann dir helfen abzunehmen. Es wurde in Studien gezeigt, dass das enthaltene Koffein die Freisetzung von Fettsäuren fördert. Diese können dann vom Körper zu verwertbarer Energie verarbeitet werden, allerdings nur, wenn diese aufgrund eines erhöhten Energiebedarfs auch gebraucht wird. Am besten trinkst du den Kaffee schwarz und nur mit etwas Milch, damit du nicht unnötig viele Kalorien zu dir nimmst, die dich nicht sättigen. Nummer 6. Wasser Eines der besten Lebensmittel zum Abnehmen ist wohl das Wasser. Zum einen hat es natürlich keine Kalorien, zum anderen kann es aber noch mehr. Trinkst du zum Beispiel vor dem Essen zwei Gläser Wasser, ist dein Appetit automatisch etwas gezügelt und du wirst weniger essen. Auch wenn du zwischendurch mal Hunger verspürst, trink erstmal ein Glas Wasser und schau, ob du danach immer noch etwas essen willst. Zudem sind Softdrinks und Säfte eine unnötige Kalorienquelle, die dich nicht satt machen, sondern nur leere Kalorien beinhalten. Fange an, statt Cola oder Apfelsaft Wasser zu trinken. Wenn dir normales Wasser zu langweilig ist, probiere es mit Tee, natürlich ohne Zucker. Sei dir bewusst, dass sich diese Lebensmittel dabei unterstützen können abzunehmen, aber alleine der Verzehr von ihnen macht dich nicht schlanker. Im Endeffekt kommt es darauf an, wie viele Kalorien du zu dir nimmst und wie viele du verbrennst. Durch gesunde Ernährung kannst du deine Kalorieneinnahme senken, ohne dass du mehr Hunger hast als mit einer eher ungesunden Ernährung, zum Beispiel mit viel Junkfood und Zucker. Außerdem kannst du deinen Kalorienverbrauch durch Bewegung und Sport erhöhen. Als Faustregel kann man sagen, dass du für jede 7000 Kalorien, die du verbrennst, aber nicht wieder zu dir nimmst, ein Kilo abnimmst. Wenn du jetzt ein kleines bisschen besser darüber Bescheid weißt, welche Lebensmittel dir beim Abnehmen helfen können, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Die Quellen, aus denen ich meine Informationen bezogen habe, stehen unten in der Beschreibung. Wenn du hier klickst, siehst du noch ein weiteres Video zum Thema Ernährung.